Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen, würde ich mich riesig übernommen freuen. Wir sind auch kurz vor den 300 Abonnenten, würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Genauso sind wir auf Twitch auch kurz vor den 50 Followern, deshalb checkt gerne den ersten Link in der Videobeschreibung aus und lasst natürlich ein Follower auf Twitch da. Und ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item Shop an. Dann ganz links haben wir den Unendlichkeitsskin mit der Sternschlag Spitzhacke und der ewiger Nullpunkt Lackierung. Dann haben wir als nächstes den neuen Chance Skin mit der Silberschläger Spitzhacke. Dann haben wir den Klebeauftragte Skin. Dann dazu nochmal das Glücksklebe Backpack, das man sich allerdings extra kaufen muss. 200 V-Bucks, aber auf jeden Fall vollkommen in Ordnung dafür. Dann haben wir den Fokus-Scanner, den Brutzelmeister Emote, war glaube ich schon relativ lange nicht mehr im Shop. Sieht aber eigentlich auf jeden Fall ganz nice aus. Dann haben wir die Eisbrecher Spitzhacke. Dann Träumer Füße. Und als letztes Superbeinarbeit, war glaube ich auch schon relativ lange nicht mehr im Shop. Und das war es dann auch schon mit dem heutigen Shop Video. Ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.